Und dann nach 8 Ja, damals schon 19 Uhr Oh, stimmt Oh, Leute, die Story Verkommt mal 30 Minuten mal kurz, weil ich gehen Ja, ich hab grad neu gestartet Achso, gut, dann startest du auch gleich neu Dann passt das ja So Komm, da vorne ist das Tor klein So Das bringt uns nichts, wir haben zu wenig Material Mit Kinderklimaterial wird auch Mitgliedergegnern wo hinkommen Ja, aber um den Zucht zu arbeiten, brauchst du Okay, ja Demolst uns fehlen auch die komischen hier Ähm Ähm Die kommen dann nicht drauf Hm, ja Wie beim Auto, die Dinger brauchen wir da Weder Keine Federn, das sind ähm Zylinder Hm, okay Die Zylinder So, wie ich mir zur Captions Ich hab das 7 mal Holz Komm, bis die Geschwindigkeit drauf fliegen Auf die Lore So Völle Geschwindigkeit Und Zurück Schön Fett sammeln Im Grunde genommen Könnt man eigentlich dann nachher dann das ganze Dingszeug benutzen Um so ein Fett herzustellen Hm, ja Ich hab's mir auch mal gesammelt durch die Feature, wo ich Leder kriege So So, jetzt geht's los, hier Waffe ausrüsten Nachladen Geil jetzt, wenn du so eine Maschinepistole kriegst, oder Pumpgang und so War schon geil Hat doch Laune, das Spiel Hat doch Laune, wenn du den Zucht dann so erweitert und so Ich hab's mir gesagt, warum können wir noch mal runter zocken Ich bin gegen 14 Oder gegen 15 15 Hähme Ja, ich meld mich, ich muss mal gucken Ob das geklärt kriege so Was ich mir vorstelle Ja So, mal hier reingucken Was gibt's hier Schönes Nichts Nichts bin happy mehr Was haben die hier? Ja, da musst du die verdienen Traurig, ey Ah, jetzt mal drei Zwei mal Holz Holz, Metall Und ich gerne Und ich zwinge mich auch gerne So, cool Und jetzt geht's große Feinden da los, hier da drüben, oder was? Ja Bist du schon nicht rumschoten? Ja, ich muss schon Ach, ich hör's Bist du tot, oder was, Junge? Was schießt du auf mich? Oh, der hat sich selbst erschossen Warte Ja Alter, die haben Rüstung, oder was? Ja, die haben Rüstung Ja, die haben Rüstung Mäßig Ja, dann hast du doch noch ein paar Bugs Ja, dann hast du doch noch ein paar Bugs Nee, die hat sich grad so Als du die mal für fliegen Hab ich gerade auseinandergebracht Die zusammengebaut Ja, dann hast du, äh, was dazu gekriegt Was? Was zur Hölle, was ist passiert? Ups, ja Hattest du vielleicht mal irgendwo verbandelt, oder was? Irgendwo ist noch einer Irgendwo ist noch einer Er ist tot Ah, ja, unten ist Inner Da oben Da darfst du dir runter Bin schmilde? Sind wir? Herbert! Wo bist du? Nicht mehr da Weggelaufen Erforschen? Das war's, ne Gibt's nicht Das war's Gehst du mir das komische Nest erforschen? Schwimm ist ja, wenn du dann die Kisten sammelst Du kannst dann nicht schießen, oder so Nee, ich hab zu wenig Platz Hau nur das schon würde Ich hab jetzt wie Scheiße einstecken Ja, ist ja klar Oh, ne Bergbank Oh, ne Bergbank Also, ne Waffenbergbank Ja, was ich kann sagen Waffen verbesserns Schwit War's das hier? Kann mich schon abhauen, oder was? Hast du irgendwas bekommen, irgendwas spezielles? Nee, ne Aber was? Was? Nee, ich hab' nicht bekommen Bauer im Nest Nee, ja, Porsche und Bauer im Nest, so Nee, das Nest habe ich ja schon erforscht Das ist ja kein Problem Dann muss man's bauen Ich sag' ich brauche eine Kupferspule Einen Zahnrad einbolzen Ähm 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 Haben wir noch Fett rein Wir sehen, ob wir da genug von haben Ich stelle es, ich stelle es, was er hier ist Ähm So Ähm So Da muss ich mal was Wie sieht deine Waffen von der Seite aus? Die sind gleich aus Ich mach' schon, stell' klar her Nee, ich will, im Waggon, äh, weiter Dazu brauchen wir noch Dingsbumsteiger Wie gesagt, sonst, ähm Zum Bolzen Nee, Kim Bolz, das ist ähm Ähm Na, wie beim Auto halt Ja, ja, ich weiß, und Bolzen Den, der immer hin und her mit sich bewegt Genau So arg wie ein Vergaser Genau Der, die Pumpwelle da Ein Bolzen, ein Zahnrad Ich glaub' Kurbelwelle, ich weiß jetzt nicht Was ist das? Die Kurbelwelle dreht sich, ja Ja, wie ist das? Zylinder Ja, die Ansaugung, ja genau Zylinderdichtung Ja Eine Feder So Komm, also kurz die ganzen Waffenteile hier ablegen Die ich hier einstecken hab' Eine Rötze Eine Rötze Was hast du noch gewissen? Was brauchte ich noch dafür? Für das Dinger Eine Kupferspule Eine Kupferspule Eine Kupferspule Eine Kupferspule So Jetzt können wir das Dinger herstellen Den machen wir hier hin Flack Guck, da ist er sogar schon hier Ja Der Freak Erforsch' und baue einen Garten 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 kunst ich nicht erforschen Das hat bei mir da gebacken Garten eigentlich doch Kann man doch Haben wir kein Garten gebaut? Was sind das hier? Zerstörer Okay Eigentlich hab ich doch Garten schon erforscht Oder täusche ich mich dann? Naja Ach ja, gucke Garten Ich brauch zwei Bolzen dafür Also jetzt wollen wir ein Metall herstellen Jetzt probier mal ein Metall Scheiße, find einer Metall Scheiße, find einer Metall Das war ein Metall Einsatz für die Bolzen Nacktbausch, kurz einen Garten Hier hinten Hin auf die Also auf das letzte Dinger da Dann haben wir einen Garten Dann passt das So Was ist das hier unten? Holz Das sind sehr holzig Waffenteile Dann kann das auch Muss es so sein Ich hab ich gesagt Was brauchte ich dafür? Den Koffen Zwei Bolzen Zwei Bolzen Wie sehen die jetzt anders aus? Ja Wie süß Sieh jetzt ganz anders aus Was? Das du meinst, das du meinst, das du meinst, kommt und ob du noch das Vieh Ja, das hat man direkt von Anfang an Ich hatte da fünf oder sechs Stück Den Vieh schon Ja, den Vieh schon Ich kann nichts machen, okay Warte, ich brauch jetzt das So, bitteschön hier Ja Oh, man kann anpflanzen Ja Ja Ja, so, passt doch Ich konnte nicht anpflanzen Jetzt kann man aus Wir können jetzt anpflanzen Hey, hallo, 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 hallo Gut, wir wollen loslegen Dann zu lösen Jetzt fetzt Such So, jetzt lass ich wieder sammeln Na 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 Na, aufpassen, da hinten ist der Ball schon Irgendwas großes muss hier mal gestorben sein auch Ach, es gab ja Ein 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 Entfer gar nicht oder nur stopp, nur stopp, ich hab alles ich hab alles da hatte ich gerade auch bald schon gekillt, he? ja, da war dann auch mal plötzlich vor mir hat sich angeschlossen das ist eine kleine Kackwahl, he? ja, wenn wir dann ein Machine-Bistoll haben, dann geht das ja, davon sind so kein Wetterfreunde Bumm, immer anbrennt, zack, ich brauch Fett nein, obwohl kann ich das nicht herstellen du bist dickischer Nebel da ist das andere fiel wieder welches andere fiel? was ich gesagt habe hast du gerade geschaffen? nein das ist durch das Zeug einsammeln boah, das ist auch klar tot, da war ich hier drüben das klingelt viel das wäre ja nicht schlecht da hat man übrigens Ruhe da bringt wo das Holz heran, das klingelt da ist keine Stinkraschen oh, was ist warum was passiert? ach, hier vorne ist ein, das Dinger das ist nur ein Zwischenstopp und ne, die Typen da Na dann, lasse boxen! Also eine Magno wäre jetzt besser, ob du zumindest irgendwann etwas verschießen könntest Ja, kommt alles noch Umfang ist schwierig, aber das klappt Du bist schon gebremst ja, ne? Hau ab, du Scheiß-B Ey, Scheiß, bin tot! Jetzt hätte ich es geahnt, wenn wir ein Zeug bitte haben Wir sterben, du Olaf Was sagst du, wenn ich platze, Alter? Verarschen? Wie jetzt, Scheiße, ich glaub nicht, ich hab so nicht Platz hier Jetzt, ähm Achso, Patronen sind voll, okay, cool, da klappt natürlich alles Bist du auch tot? Nein Nur voll Ich bin ja grad am Ehrenfüllen Recycling der Freunde hier Wir müssen gleich später erstmal das Schiff reparieren hier Oder den Zug reparieren Na, wenn wir uns immer genug Holz haben, ja Alle tot Achso, okay, den Recycler kriegt man gleich für Kohle und sowas Hast du den Flugzettel genommen? Ne Ne, das hatte mir vorhin noch nicht angezeigt, was da oben noch ist Hallo, fängt fest Jetzt, so, ich hab' den Flugzettel So, es tut nur weiterkommen Einfach mal kurz ein bisschen weiter nach speicherisch und dann muss man mehr ausmachen, dann möchte ich die Folge zu ändern Ja Ja All den Na, evitas eh voll Ja Ja Passt Das ist scheiße, dass du manche Dinger nicht Ja, ähm, drauf doppeln Doch, du kannst doppeln Okay, gut Dann hab' ich jetzt nichts gesagt Okay Ah, was ist das? Das ist das? Ok Okay Was ist das? Das braucht man nicht Das war später alles Noch kurz, dann müsste der Kit geben hier wegkommen hier und danach wird hier von oben gespeichert das bringt was man heute wünschen wird hier ganz so spiel speichern oft nur zu sagen das warst du von uns beiden fürs erste morgen wird es für uns weitergehen für euch natürlich ein tag später ich hoffe euch gefällt das spiel so wie uns weil ich würde richtig lange zeit für uns nehmen richtig geil lange zeit ja leute bei mir kennt ihr spiel schon und ich hab schon ziemlich lang dran gehangen und ich war ja schon ziemlich begeistert von dem spiel aber ob ich das jetzt auch so soll und mal gucken ob ich diesmal kriegen wir komplett fertig da wird noch schön erweitert hier wird noch schön als verkleideten richtig gelockt rausgebaut das wird ein bisschen dauern definitiv das wird mein und auf jeden fall noch andere spiele mit auftauchen eventuell noch ob score und so im keks und bippo sowie soul mask ich hoffe ich würde es die spiele gefangen ja auch gut leute dann bis zum nächsten mal und schau